die chinesen haben einen kleinen schwan herzlich willkommen zu einer weiteren folge ich bin da und ich bin da und ich bin tot er killt mich nick boxt ihn um ja mach ich blöd gelaufen komm ich ich wollte das holy jesus was ist das was ist das den sniper müssen das ist der dunkle typ ok den müssen wir zuerst wegkriegen achtung ich hacke jetzt ich hab granate geworfen ich hab granate geworfen nein nein das ist er nicht Lunar die 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 wenn wir richtig vorstellen der fällt um mit dem kopf voller auf pflastersteine es leckt so ich bin tot ich bin gekillt mit einem kann sich ein rechtsblick und du hast aber ich kann hier wirklich nicht machen du brichst überhaupt Fahne kommt weg! Lass dich mal abstregen, ich warte. Komm Nik, Mai, komm jetzt! Komm, Mai, komm mit mein Meck! Mai komm! Komm jetzt! Los! Fahr! Komm mit mein Meck! Komm mit mein Meck! Fahr, der kommt weg! Oh, ich war ein King King. Kannst du den King? Nee, kannst du nicht. Ach doch, der schadet, der ist tot, okay. Der verprügelt dich. Ich verlasse mich doch lieber auf den guten alten Nierenquetscher, weil nämlich das Baby aus jeder Niere, Matsch und Pulver macht. Und auch eine Terroristen-Gorgel ist nur noch ein müder Knorpel, ich habe die komplette Kontrolle über den Mistkerl. Ich bin gleich tot. Der verprügelt dich. Ich bin tot. Der hat sich richtig kaputt, ey. Der schlägt voll auf die Leute. Der schlägt voll auf die Leute. Der schlägt voll auf die Leute. Der ist tot. Hier ist einer. Hallo da. Der ist doof, Alter, der hat mich nicht getroffen. Okay, ich bin schlecht. Alter, ich bin so schlecht. Ich bin gerade so schlecht. Alter, ich bin gerade so schlecht. Bei uns. Container hinter der Kittel. Hier ist einer. Warte, ich versuch mal was. Komm, komm, die Nächsten zu sitzen. An geht's. Oh, mit Coilt. Mit Coilt. Mit Coilt. Mit Coilt. Du oder was? Ja, noch ein Headshot hier. Leck mich fett. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Leute. Rasierer. Oben redet den Ding einer. Serial Killer. Serial Killer. Serial Killer. Serial Killer, Leute. Ah, ich bin so schlecht, ey. Hier kommt einer. Hinter uns. Pass auf, hier. Links von dir. Ja. Ich hole mir den. Hab ihn gekillt. Nice. Wieso büfft er sich denn nicht so frei zu gehen? Loll. Ah, es killen beide doch. Boah, nee, leider. Ja, ich bin der Letzte, ne? Hey, da ist noch einer. Hä? Ha? Fußburen? Mike. Mike. Da. Komm Mike da mit seiner. Ja. 4, 6, 8, Alter. Läuft von Amok, alter. Aber töte damit nichts. Den einzigen, den ich damit schaden kann, bin ich selber. Schnell. Ich hab Swiper. Scheiß, ich hab Shotgun. Hab einen mit Shotgun. Da ist noch einer. Du hast die Sniper, ne? Cool SLR. Wo bist du eigentlich? Ich bin Turnhalle. Nein, Nick. Ich bin in den Häusern und looter alle. Alleine. Ich bin in den Häusern und looter alle. Hier ist gar keiner. Ich bin in den Häusern und weniger. Wo? Ja. Ich bin in den Häusern und hier. Ich bin in Häusern und dieser. und schiff links und rechts und links und schiff und schiff und schiff boah und wieder erster wieder ne kurze runde er sieht dich nicht pass auf der andere kommt auf den töt ich mach boah nein nee den Donnie und Mike ist vorne bei uns auf dem Balkon Achtung, Flash schalte für die anderen Mike bewegt dich stirb du scheiß was achso stürb stürb erstick an meiner Rauchgranate ich bin um Rauchgranate ja warte pass auf da ist schon der erste hä was ist das hä hä was ist das wieso kann ich hier nicht weiterfahren echt da ist ne Mauer die hat auch die hat auch hä ich seh aber hier nicht super rechts 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 da sind Lücken in der Mauer jetzt rechts ja sehr gut sehr gut sehr gut komm wir laufen in die Tone ja das war wieder eine Verfolge Sula Sula ja roe willst du uns verabschieden ja willkommen äh tschüss ja los hau raus willkommen äh verabschieden so äh tschüss das war wieder eine Runde Sula haut rein ihr n**** so k k Untertitelung des ZDF, 2020